Überfüllte Züge, ausgefallene Flüge und etwa auch verloren gegangene Gepäckstücke. Der Urlaub ist vielerorts zu einer echten Geduldsprobe geworden. Wie kann man sich vor der Reise entsprechend absichern, damit Ihnen das alles nicht geschieht? Und wie steht es um unser aller Rechte? Wir besprechen das jetzt mit der Geschäftsführung der Regulierungsbehörde Schienenkontroll, mit Maria Theresia Rösler. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Beginnen wir mit Eisenbahnthemen. Wie weit ist es denn rechtlich gedeckt, dass Passagiere mit einem gültigen Ticket, wie es unlängst häufig geschehen, in überfüllten Zügen vom Schaffner zum Aussteigen gebeten werden? Andernfalls würde der Zug nicht mehr weiterfahren. Grundsätzlich muss das Bahnunternehmen eben auch die Sicherheit natürlich für die Fahrgäste übernehmen, hat eine Verantwortung für die Sicherheit. Wenn jetzt Züge so überfüllt sind, dass man zum Beispiel Feuerlöscher nicht mehr erreichen kann oder Notrufstellen nicht mehr erreichen kann, dann ist es natürlich die Verpflichtung des Bahnunternehmens dafür zu sorgen, dass eben der Zug sicher fahren kann. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass man eben vor allem beim österreichischen Bahnunternehmen, beim größten österreichischen Bahnunternehmen der ÖBB, zahlt man, wenn man ein Standardticket kauft, an und für sich eben die Beförderung, aber nicht mit einem bestimmten Zug. Also mein Standardticket ist ein bis zwei Tage gültig, je nachdem, welches ich genau gekauft habe. Und innerhalb dieser Zeit hat sich das Bahnunternehmen verpflichtet, mich zu transportieren, aber eben nicht mit einem bestimmten Zug, außer ich habe eben eine Reservierung getätigt oder ich habe ein zuggebundenes Ticket gekauft. Dann ist das Bahnunternehmen verpflichtet, mich auch tatsächlich mit diesem Zug zu transportieren. Das heißt, wenn man aussteigen muss, dann werden das wahrscheinlich zuerst die sein, die kein zuggebundenes Ticket haben und die keine Sitzplatzreservierung haben, weil sie eben dann an und für sich vom Gesetzlichen her auch mit einem späteren Zug fahren können. Soweit interessant, auch verständlich, wenn auch sehr ärgerlich für die, die betroffen sind natürlich. Ist der Zug dann schon überfüllt, wenn alle Sitzplätze besetzt sind und der erste, der am Gang steht, ist schon ein überfüllter? Nein, also diese Züge sind an und für sich schon so zugelassen, dass sie eine bestimmte Menge an stehenden Personen transportieren können. Aber eben, und das ist die Entscheidung des Zugbegleiters, wenn dann eben die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann ist auch der Zugbegleiter beziehungsweise das Bahnunternehmen verpflichtet, eben für diese Sicherheit zu sorgen. Das heißt, wenn man dann nicht aussteigt, hat der Zugführer durchaus das Recht zu sagen, der Zug fährt nicht weiter, die Sicherheit ist nicht gewährleistet, wir können einfach nicht weiterfahren. So ist es, ja. Also, soweit ich das verstanden habe, ist das dann ja immer in einer Art und Weise möglich, weil es ja dann doch immer Menschen gibt, die verständig sind und auch immer wieder Freiwillige, die dann aussteigen und sagen, okay, ich nehme den nächsten Zug. Aber grundsätzlich, ja, kann der Zug nicht weiterfahren, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Wenn dann auch eine Unterkunft nicht mehr erreicht wird, man nimmt den Abendzug, um, ich weiß nicht, aus Wiener Sicht in Salzburg oder in Innsbruck zu nächtigen, kommt aber gar nicht hin, wenn man aussteigen musste. Und es fallen aber trotzdem Kosten für die Unterkunft an. Was passiert mit denen? Also, da gibt es die verschiedensten Szenarios. Also grundsätzlich, wenn ich ein zugebundenes Ticket habe oder eine Sitzplatzreservierung habe und trotzdem aussteigen muss, also es sich für mich tatsächlich eine Verspätung ergibt, dann habe ich das Recht auf eine Verspätungsentschädigung. Und das sind ab einer Verspätung von 60 Minuten 25 Prozent des Ticketpreises und ab einer Verspätung von 120 Minuten, also zwei Stunden, sind schon 50 Prozent des Ticketpreises, die ich zurückbekomme vom Bahnunternehmen. Wenn jetzt ich zum Beispiel den letzten Zug nicht nehmen kann und damit eine Übernachtung notwendig wird, weil ich eben den nächsten Zug am nächsten Tag nehmen muss, dann muss auch das Bahnunternehmen sich darum kümmern, dass ich übernachten kann und muss auch diese Nacht bezahlen. Das ist immer besser quasi, wenn das Bahnunternehmen das tatsächlich dann organisiert. Wenn da niemand ist, der sich darum kümmern kann, dann kann ich das natürlich auch selbst organisieren. Da ist wichtig eben grundsätzlich bei den Kosten im Rahmen zu bleiben und eben alle Belege aufzubewahren, um es dann eben im Nachhinein vom Bahnunternehmen zurückverlangen zu können. Wenn jetzt eben Folgeschäden, sogenannte Folgeschäden entstehen, ich erreiche ein Fußballspiel nicht, ich erreiche ein Konzert nicht oder eben ich sozusagen kann eine gebuchte Hotelnacht, nicht wahrnehmen, das sind sogenannte Folgekosten. Die sind nur dann zu ersetzen, wenn das Bahnunternehmen schuldhaft gehandelt hat. Gut, dass das Flugtück, das man dann versäumt hat, möglicherweise, es könnten ja wirklich dramatische Kollateralschäden entstehen, man erreicht einen Anschlussflug nicht und ein Überseepflug ist verschwunden und das Flugtück gilt nicht mehr. Also das kann ja schon dramatische Ausmaße annehmen. So etwas ist dann im Fall des Falles schon inkludiert in einer Refundierung? Naja, nein, nur wenn das, also da sind wir dann im normalen Schadenersatzrecht, da sind wir außerhalb der Bahnfahrgastrechteverordnung, die ja kein Schulden des Bahnunternehmens verlangt. Wenn ich jetzt eben sogenannte Folgeschäden habe, dann bin ich im normalen Schadenersatzrecht und hier muss es ein Verschulden des Bahnunternehmens oder Flugunternehmens in beiden Fällen gleich geben, damit ich auch diese Kosten ersetzt bekomme. Und das ist dann natürlich im Rahmen eines normalen Verfahrens auch vor Gericht. Ein Verschulden wäre aber schon eine Verspätung des Zuges. Also da muss gar nicht nur geschehen, dass man aussteigt, sondern der Zug ist einfach zwei Stunden zu spät dran. Man versäumt das Check-in am Flughafen und der Flug ist weg. Ja, aber wichtig ist, weshalb der Zug verspätet war. Also wenn das Bahnunternehmen schuldhaft dem Bahnunternehmen vorzuwerfen ist, dass der Zug verspätet war, weil, weiß ich nicht, der Zug zum Beispiel kaputt war und man Wartungen, das muss man sich dann im Einzelfall Entscheidungen anschauen, wenn dann Wartungen zum Beispiel nicht stattgefunden haben und deswegen der Zug kaputt geworden ist, ich sage jetzt irgendetwas, dann wäre es eine schuldhafte Verspätung. Wenn aber zum Beispiel eben auf der Strecke es irgendwelche Behinderungen gibt, die das Bahnunternehmen nicht beeinflussen kann, dann verhandelt das Bahnunternehmen natürlich nicht schuldhaft. Also man merkt schon, die Sache ist höchst kompliziert im Einzelfall. Jetzt merkt man ja, dass kurz nach Ende der Pandemie die Fahrgastzahlen in den Zügen, zu den Flügen kommen wir gleich, aber in den Zügen sprunghaft wieder angestiegen sind. Das ist ganz, ganz schnell gegangen. Während der Pandemie waren die Züge de facto wirklich leer, aber jetzt ist es teilweise eine Übererfüllung. Liegt das auch daran, dass Benzin zu teuer geworden ist einerseits oder liegt es auch am Klimaticket oder was ist da los? Ja, also es sind verschiedene Gründe. Es ist sicher, Benzinpreise sind sicher. Ein Grund, Parkraumbewirtschaftung ist natürlich auch ein Grund, weshalb man mit dem Zug fährt. Das Klimaticket ist natürlich ein sehr attraktives Angebot. Es wurden jetzt 168.000 Klimatickets bereits verkauft. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch eine Ausweitung des Angebots. Also wir haben an und für sich jetzt im Jahr 2022, auch schon im Jahr 2021, hatten wir noch nie so viel Angebot wie jetzt. Also wir sind auch deutlich über 2019, also über dem Vor-Pandemie-Jahr. Das heißt, man hat hier schon reagiert. Und an und für sich ist die Auslastung, war im Jahr 2021 noch weit unter 2019. Ja, da waren wir noch 30 Prozent unter 2019. Jetzt hören wir, ganz gesicherte Zahlen haben wir noch nicht, aber hören wir aus dem Jahr 2022, dass jetzt schon mehr Leute wirklich mit dem Zug fahren und dass wir auch schon über 2019 liegen. Ja, kommen wir noch zur Pünktlichkeitsstatistik, damit man sich da ein Blick machen kann, auch im internationalen Vergleich. Ist das Bahnfahren in Österreich jetzt im Prinzip ein Ärgernis, weil die Züge dann überproportional oft zu spät kommen, oder liegt es eh ganz gut und anderswo ist es dann noch deutlich schlimmer? Also man muss da wirklich sagen, dass in Österreich die Züge im Vergleich sehr pünktlich sind. Das sieht man vor allem bei den Grenzübergängen. Also in den allermeisten Fällen kommen die Verspätungen bei den Fernverkehrszügen aus dem Ausland. Das heißt, dort, wo ein Grenzübergang stattfindet, kommt der Zug schon verspätet nach Österreich hinein und in Österreich wird dann meistens aufgeholt. Also an und für sich sind Züge in Österreich sehr pünktlich. Das heißt aber, kommen wir noch einmal kurz auf den Fall dieser Schadenersatzansprüche. Die sind von der Schweiz, die macht das auch sehr gut. Ja, auf diese Schadenersatzansprüche. Angenommen, ein Zug, der von Italien über Villach nach Wien kommt, man steigt in Villach ein, weil man am Flughafen in Wien wegfliegen will und der kommt da zwei Stunden verspätet aus Italien an. Hat man dann Anspruch auf Schadenersatz? Oder ist das so ein Fall, wo dann, ich sage es jetzt einmal beim Namen, die ÖBB nichts dafür kam, weil der Zug eh schon später gekommen ist und man hat einfach einen Pech, man steigt in Villach ein und weiß schon, das geht sich eh nicht mehr aus, rechtzeitig zum Flughafen zu kommen und das Flugticket ist quasi verfallen. Naja, der Vorteil eben an einem offenen System und der Vorteil an der Bahn in Österreich ist, dass relativ oft Züge fahren, also man wird wahrscheinlich früher noch einen anderen Zug nehmen können, der einen dann in irgendeiner anderen Art und Weise vielleicht mit ein, zwei Mal mehr stehen bleiben, dann doch zum Flughafen bringt. Also zwei Stunden, dass wirklich zwei Stunden Verspätungen stehen, die entstehen an und für sich nur, wenn ich im Zug schon drin sitze und dort sozusagen in gewisser Art und Weise unter Anführungszeichen gefangen bin. Wenn ich am Bahnhof warte, dann gibt es meistens Möglichkeiten, außer die Strecke ist komplett gesperrt, dann natürlich nicht, aber sozusagen von einer Verspätung aus Italien wird man wahrscheinlich nicht zwei Stunden später in Wien ankommen, weil es andere Möglichkeiten gibt. Und ich eben mit einem Standardticket jedenfalls, aber auch mit einem Klimaticket, jeden Zug nehmen kann, den ich nehmen möchte. Das ist eben der Vorteil sozusagen, weshalb dann natürlich auch überfüllte Züge entstehen können. Okay, sehr praxisorientiert. Das kann ja tatsächlich alles so geschehen, ist uns allen wahrscheinlich schon so passiert. Und ja, man muss halt dann individuell schauen, wie man weiterkommt. Ja, kommen wir zum Flugverkehr. Da ist es ja noch ein bisschen prekärer. Hat man den Eindruck, vielleicht nicht zwingend am Flughafen Wien, da wird uns immer wieder versichert, man habe die Lage im Griff, aber anderswo. Streiks etwa gibt es vielerorts, Gepäckstücke, die nicht aufgefunden werden, Flüge, die gecancelt werden und zwar großflächig. Die Lufthansa hat tausende Flüge über den Sommer gestrichen, die British Airways ebenso. Wie ist denn die Lage jetzt am Flugverkehr, jetzt gerade wieder am Beginn eines Reisewochenendes? Also wir merken schon an der Anzahl der Beschwerden und natürlich aufgrund der Medienberichte, dass es ein sehr spannender Sommer, also dass der Sommer spannend angefangen hat und auch spannend weitergehen wird. Hier gibt es einfach die verschiedensten Probleme, die jetzt entstanden sind. Da ist es halt auch wichtig, dass der Passagier sich in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet. Also wir empfehlen immer eben am Tag vorher am besten nochmal schauen, wie der Status des Fluges ausschaut. Dann sich damit beschäftigen, wann soll ich am Flughafen sein. Da gibt es Vorgaben meistens von den Flughäfen beziehungsweise von den Fluglinien. Und da halt wirklich einfach einrechnen. Das könnte sein, dass da halt einfach mehr Leute gerade in der Reisezeit unterwegs sind und ich ein bisschen länger brauche eben für Sicherheitskontrollen etc. Und diese Zeit eben auch sich nehmen. Wenn sich dann abzeichnet, dass eben zum Beispiel da sehr, sehr lange Schlangen sind und sich das unter Umständen nicht mehr ausgeht, dann ist ganz wichtig, das einfach zu dokumentieren, Fotos zu machen von den Schlangen. Dass das an und für sich sozusagen das Boarding beziehungsweise die Gates noch geöffnet waren beziehungsweise der Check-in noch geöffnet war oder die Zeit fotografieren, einfach damit man nachweisen kann, wann man da war. Und wenn eben tatsächlich dann Flüge versäumt werden aufgrund solcher Vorkommnisse oder Flüge annulliert werden, ist eben ganz wichtig, dass man von der Fluglinie die alternative Beförderung verlangt. Also die Fluglinie, wenn ein Flug annulliert wird, ist die Fluglinie verpflichtet, mich vor die Wahl zu stellen, entweder vom Vertrag zurückzutreten, also den Ticketpreis zurückzubekommen, oder sie muss mich alternativ befördern und zwar schnellstmöglich zu vergleichbaren Bedingungen. Und das muss ich auch tatsächlich sozusagen, das sollte ich verlangen. Das ist manchmal so, dass Fluglinien das von selbst nicht anbieten. Da ist es so, wenn die Fluglinie das aus irgendeinem Grund nicht anbietet und da muss sie auch auf andere Fluglinien zurückgreifen. Also da kann sie nicht nur ihre eigenen Flüge anbieten. Da ist es so, dass ich mir das auch selbst organisieren kann und dann die Mehrkosten von der Fluglinie zurückverlangen kann. Hört sich in der Theorie gut an, in der Praxis. Ich kenne das aus vielerlei fehlgeleiteten Versuchen, rechtzeitig eingecheckt zu haben, obwohl man zwei Stunden oder länger dort ist, ist es oft ein bisschen verworren. Dann ist von den Fluglinien niemand da, den man ansprechen kann. Man hat tatsächlich Folgeschäden, weil man ist ja auf einen Urlaubsflug gebucht, wo es natürlich eine Art von Unterkunft gibt. Möglicherweise eine Rundreise, die startet dann ohne jemanden. Man kommt dann quasi zwei Tage oder einen Tag später hin, da sind schon alle weg. Also da entstehen natürlich schon dramatische Konsequenzen daraus. Sind diese Folgekosten dann auch umfasst von einem allfälligen Schadenersatzanspruch? Da sind wieder zwei Dinge auseinanderzuhalten. Also einerseits die Verspätungsentschädigung, wieder nach der Fluggastrechteverordnung, verschuldensunabhängig. Das heißt, ich bekomme je nach Flugentfernung 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro, wenn mein Flug mehr als drei Stunden verspätet ankommt oder annulliert wurde und ich nicht so 14 Tage vorher darüber informiert wurde. Dann bekomme ich diese Verspätungsentschädigungen und zwar unabhängig davon, was passiert ist. Außer die Fluglinie kann nachweisen, dass es sich um einen außergewöhnlichen Umstand gehandelt hat, weshalb die Verspätung oder die Annullierung stattgefunden hat. Und das ist an und für sich relativ eng gefasst von Judikaturen. Außergewöhnliche Umstände sind schon Wettereignisse zum Beispiel, weil die kann die Fluglinie nicht beeinflussen. Aber zum Beispiel technische Gebrechen gelten nicht als außergewöhnliche Umstände, weil die Fluglinie in gewisser Art und Weise in der Hand hat, eben ob das stattfindet oder nicht, in gewisser Art und Weise. Bei Streiks ist es so, dass wenn die eigenen Leute streiken, dann ist es kein außergewöhnlicher Umstand, weil hier wieder die Fluglinie grundsätzlich die Möglichkeit hat, eben das zu beeinflussen. Wenn zum Beispiel Flughafenpersonal streikt, dann ist es ein außergewöhnlicher Umstand für die Fluglinie. Gut, das ist jetzt einmal der Schadensersatz, was das eigentliche Flugticket betrifft. Ja, das ist sozusagen schon ein gewisser Ersatz des Ungemachs, weil das sozusagen wirklich zusätzlich, also egal wie teuer das Flugticket war. Gut, 600 Euro sind ja oftmals tatsächlich mehr als der Flugpreis gekostet. Jetzt soll es sein. Aber man kommt dann zwei Tage später an einen vereinbarten Abreiseort einer Rundreise und alle sind weg. Man steht also dort ganz allein und wird auch nicht mehr abgeholt. Was passiert dann? Da ist es dann genauso, wie ich bei der Bahn gesagt habe. Also wenn es ein Verschulden der Fluglinie gibt, dann kann ich diese Folgekosten auch geltend machen. Wenn es dieses Verschulden nicht gibt, dann nicht. Und da bin ich wieder im normalen Schadensersatzrecht und bei den Gerichten. Da kann ich mich eben bei der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, deren Leiterin ich bin, nicht beschweren, weil ich hier im normalen Schadensersatzrecht bin. Also es ist jedenfalls eine verzwickte Situation. Die Lust auf den Urlaub verschwindet ja dann oft schon bei der Anreise. Was macht man jetzt konkret im Vorfeld? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel Reiseversicherung oder anderes, wo man sagt, man versucht einen möglichen Schaden präventiv zu minimieren oder hat man eigentlich überhaupt keine Chance und es ist schlicht Glück oder Pech, ob es klappt? Ja, bei Reiseversicherungen ist es ganz wichtig, da gibt es die verschiedensten Angebote, die verschiedensten Produkte. Da ist ganz wichtig, sich ganz genau durchzulesen, was dann tatsächlich versichert ist, weil wir oft diese Beschwerden können wir an und für sich nicht bearbeiten und hier können wir nicht helfen, weil wir hören natürlich aus von den Passagieren, was sie hier für Erlebnisse haben. Und hier ist es oft so, dass dann genau das, was tatsächlich passiert ist, dann nicht abgedeckt ist. Also hier eben auch ganz wichtig, einfach vorher sich darüber informieren und genau durchlesen, was jetzt hier abgedeckt ist. Gut, Reiseversicherung ist das eine. Da geht es ja um einen bewussten Vertragsabschluss. Kann man andere Dinge machen? Ja, also ganz wichtig aus unserer Sicht, und das empfehlen wir eben auch immer, ist bei der Fluglinie direkt buchen. Weil da ist die Fluglinie dann, die weiß dann sozusagen alles von mir. Die Flüge sind an und für sich aufeinander abgestimmt. Ich kaufe ein Ticket. Das heißt, ich muss dann auch wirklich weiterbefördert werden. Das ist besonders wichtig. Wir raten eben davon ab, so Internetreisebüros, also sozusagen Reiseportale zu verwenden. Jetzt klassische Reisebüros, da habe ich natürlich den gleichen Service wie bei der Fluglinie. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber eben Internetportale, hier raten wir davon ab, die zu buchen. Weil oft werden eben Kontaktdaten nicht an die Fluglinie weitergegeben. Es werden aber auch Kreditkartennummern nicht an die Fluglinie weitergegeben. Das heißt, die Fluglinie hat gar nicht die Möglichkeit, mir etwas zu bezahlen, weil sie gar nicht weiß, wie sie mich in irgendeiner Art und Weise erreichen kann. Und ich bekomme oft Tickets verkauft, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ich fliege eben von Wien über London nach New York mit zwei verschiedenen Fluglinien, mit zwei Tickets, die eben nicht sozusagen zusammengehören. Das heißt, wenn ich meinen Flug von Wien nach London versäume, dann muss mich die Fluglinie von London nach New York nicht mehr mitnehmen und ich muss hier ein neues Ticket kaufen. Wenn ich das innerhalb eines Tickets bei Flug buche, dann muss mich die Fluglinie weiter transportieren. Man merkt schon, das Risiko ist hoch. Und das empfindet man ja auch, wenn man oft auf den Flughafen fährt, nicht wissend, was einen erwartet. Aber bei vielen Flügen weiß man, es kann einem sehr vieles erwarten. Ja, ganz zum Schluss noch ein Gefühl einer Einschätzung. Das Verhältnis zwischen Problemen im Bahnverkehr, im Verhältnis zwischen Problemen beim Flugverkehr. Wo sind die Probleme üblicherweise größer im Verhältnis zur Anzahl der Passagiere? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Ich nehme an, beim Fliegen wird es öfter sein, aber es fallen ja sehr, sehr viele. Naja, vor allem sind beim Fliegen natürlich die Beträge höher, weil ich natürlich teurere Tickets habe. Hier sind die Verfahren wesentlich ausführlicher, wesentlich schwieriger als bei den Bahnunternehmen. Und wir arbeiten natürlich vor allem mit der ÖBB, aber auch mit den privaten Bahnunternehmen sehr gut zusammen. Also hier funktioniert die Beschwerdebearbeitung sehr gut. Bei den Fluglinien, da haben wir sehr oft sehr exotische Fluglinien, mit denen wir natürlich die Beschwerden abarbeiten müssen. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht vergleichbar wie mit einem österreichischen Bahnunternehmen. Wichtig ist aber eben, dass man sich bei uns beschweren kann. Also man muss sich immer zuerst ans Bahnunternehmen oder ans Flugunternehmen wenden. Wenn man da jetzt keine Antwort bekommt, die kommt einem für sich relativ selten vor, oder eine unbefriedigende Antwort, dann kann man sich bei der APF unter www.passagier.at beschweren. Und wir machen dann ein Schlichtungsverfahren und versuchen eben hier zwischen der Fluglinie und dem Passagier zu vermitteln. Sicher ein Job, wo man ganz starke Nerven braucht und selten positive Erlebnisse hört. Außer es ist dann gut abgewickelt worden. Aber die Geschichten, die einem da passieren können im Urlaub, die kennen wir alle. Frau Rösler, vielen Dank für den Besuch im Studio und danke für eure Eindrücke. Sehr gerne.